willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und erst mal ein frohes neues jahr gewünscht für euch ich hoffe ihr seid so gut rein gekommen wie meine wenigkeit also so langsam kann er wieder aus augen gucken also war schon ganz ganz lecker muss ich sagen dass das jahresabschluss fest und ich hoffe ihr seid gut und munter vor allen dingen und auch gesund ins neue jahr reingekommen sind wir natürlich auch in clash of clans wir sind auch gleich überrascht worden mit einem uhr zeit worden richtig krasser skin komme ich aber gleich noch zu ich habe übrigens im letzten jahr kein jahresrückblick video so irgendwie so gemacht aber für den einen oder anderen gibt es doch ein paar zahlen ich habe die heute noch mal rausgesucht und zwar muss ich da mal eben in meine e mail springen also die ist jetzt schon vom 9 dezember glaube ich gewesen von youtube also der jahresrückblick hier so ein bisschen so was den kanal angeht jetzt nicht was mich persönlich angeht also ich lebe noch alles cool und auch der rest meiner meiner siebschaft ist wohl auf und munter aber wir haben tatsächlich 291 videos habe ich bis zu dem zeitpunkt hochgeladen also 9 dezember sind dann immer so ein bisschen mehr aber bis dahin und ich habe auf dem kanal 6252 neue abonnenten gewonnen das verdanke ich natürlich nur euch gar keine frage vielen dank auch dafür 41.680 mag ich bewertungen 618 mag ich bewertungen 1822 mag ich bewertungen für ausgeben so gelingt es ach so da sind die das ist das video mit den meisten bewertungen das ist glaube ich mal rathaus 11 wo ich den start auf rathaus 11 mache mit dem avatar 872 136 aufrufe insgesamt tatsächlich 947 78 live stream minuten insgesamt haben die leute mich 93 583 minuten lang meine videos geschaut youtube schreibt immer ganz ganz nett deine fans kriegen nicht genug von dir das ist mehr zeit als es braucht um 217 mal das oktoberfest zu feiern hurra auf twitch habe ich auch eine kleine statistik da gab es jetzt keine wirkliche statistik sage ich mal aber da haben wir das ja echt bombastisch noch mal abgeschlossen über 33 334 aufrufe auf die live streams mit 4076 verloren danke für den support leute und im moment haben wir 42 abonnenten punkte das ist anhand meiner zuschauer echt mal lecker viel kann man nicht anders sagen und ich habe so ungefähr ich glaube es müssten so 138 streams gewesen sein zumindest hat restream mir geschrieben ich hätte 134 gemacht da war das ja aber noch nicht ganz zu ende also so viel nur mal so zu den zahlen dann hab das mal gehört wo ich jetzt schon dann keinen rückblick gemacht habe upsala hoppla da war mein game wo wir also wir haben hier den neuen pass also pünktlich zu beginn des jahres erste erste 2020 den neuen pass hier ich habe jetzt auch schon ein spiel gemacht nämlich ein bisschen im nachtdorf ich habe also ein bisschen hat man mal wieder so die so die zwickmühle es gab ja jetzt gerade den pass reward also ich bin jetzt auch eben das erste mal eigentlich überhaupt ins game reingekommen es gab ja den pass reward und ihr seht ich habe ziemlich ziemlich alle lager voll ich habe den pass auch noch nicht gekauft das mache ich jetzt gleich aber es gibt im shop auch ein paar um ein paar ganz nette sachen gleich zu jahresbeginn smart sehr smarte bücher und gar nicht mal so teuer ich denke mal das paket hero mixer das wird mir ganz gut zu gesicht stehen dann habe ich noch mal ein zweites heldenbuch ein heldenbuch habe ich noch und ich meine ich kann mir jetzt auch wieder einen hammer holen ein hammer ein hammer wir können uns wieder hammer holen ich bin mir nicht ganz sicher ich hatte ja gesagt hammer der spells brauchen wir nicht mehr aber wir nehmen noch mal einmal alle drei anderen hammer hier dann habe ich immer noch 695 also es geht ein bisschen zur neige aber die neue saison fängt ja jetzt an ich gehe mal eben auf mein handy kaufe eben den pass und das andere ding vermutlich auch und dann gucken wir mal was wir hier abdaten können okay ich habe jetzt beide sachen gekauft ihr seht ich habe nur noch sieben sachen hier im shop das sind einmal die ganz normalen pakete hier und es gibt auch so ein paar gif pakete zu verschenken das ganze läuft aber noch 17 stunden das heißt wenn ihr die folge wahrscheinlich seht gibt es dieses angebot nicht mehr ich hoffe ihr habt eure freunde eure freunde so ein bisschen beschenkt wenn ihr hier so ein paket gekauft habt und habt ihnen dort ein paar jams zukommen lassen ist ja nicht ist ja nicht schlecht finde ich und ich habe jetzt aber zwei heldenbücher glaube ich ja wir haben zwei heldenbücher wir haben einen helden hammer wir haben ganz ganz viel dunkles an zeus aber sonst habe ich auch keine ruhen und gar nichts und habe zwei bauarbeiter frei ich brauche im nachthof kein bauarbeiter mehr denn meine letzte kanone wird hier in ein paar tagen wollte ich gerade sagen in exakt einem tag wird hier meine letzte kanone fertig und dann muss ich nur noch ein paar mauern machen das heißt also ich kann hier jetzt auch dauerhaft zumindest den den otto einsetzen bzw eigentlich ja nicht den otto sondern den bauarbeiter und ich bin mir jetzt im moment gar nicht so sicher wie gehe ich jetzt eigentlich vor also in jedem fall denke ich wir geben bisschen dunkles aus machen wir das machen wir den update mit dem mit dem hammer er oder machen wir eher den ich würde den genauf 10 haben den champion muss ich sagen ich würde den genauf 10 haben allerdings haben wir jetzt lieber das heißt er kann jetzt nicht pennen was natürlich ein bisschen schade ist muss ich sagen oder wir ziehen den worten auf 50 ist es also es ist schon schwer genug was man eigentlich machen will aber ich denke mal 100 und vor allen dingen ist das jetzt im moment noch so teuer 190.000 ich habe jetzt auch mal bei anderen sachen mal reingeguckt was das alles so kostet 16 dankeschön 16.000 16 millionen 16 millionen 16 tage und auch hier der der entfernung mit 17 tagen alter falter ja das liegt natürlich daran der pass ist jetzt gerade erst gestartet und wir haben noch nichts es gibt natürlich sehr früh im book of building und es gibt jetzt schon bei 120 punkten dann in den ersten bilder boost hier beziehungsweise die reduzierung aber ja dass ich sind das sind immerhin 120 punkte dann kommt auch schon das erste fighting buch das heißt wir haben wieder an wir könnten dann wieder was im labor fertig machen research book of spells den kann ich nahenlos wieder so verkaufen aber ihr seht das dauert erstmal dann jetzt wieder so ein bisschen und ich die challenges sind die die sagen mir jetzt gar nicht so richtig zu erst recht nicht dieses ding hier vier mal in der bilder base den tages bonus abholen also die drei gewinne das das mache ich gar nicht so wirklich und das kann ich im moment nicht machen weil alles voll ist mit dem wahlküren da können wir ein bisschen was machen da machen wir gleich auch einen angriff aber ich denke mal ich mich will jetzt auch die ressourcen ja nicht ganz verlieren das heißt wir nehmen hier erst mal unseren unsere held in hoch 190.000 es tut es tut ein bisschen weh in den augen aber ist nicht so schlimm war ja unser ziel also der geht jetzt schon mal auf acht und mein worden muss einfach auch der muss auch ein bisschen level leute der muss auch ein bisschen level oder nämlich lieber den hammer für für die royale champion ich glaube ich glaube der worden ist ganz gut aufgehoben hier mit dem hammer und dann können wir jetzt noch einmal machen ja ist gut worden können wir noch einmal machen mit 15 mille das sieht ganz gut aus und dann finischen wir den auch also so können was gezeugt dann wenigstens also halbwegs sinnvoll ausgeben will ich mal sagen im moment läuft schon mein rathaus hier auf die zweite stufe jemand hat im live zum beschrieben der tuto macht das mal denn der soll nicht ganz so schlecht sein ab stufe drei dann bekommt er seinen freeze effekt noch dazu wenn das rathaus kaputt geht und der soll da kann man im moment nichts gegen machen das heißt also alles was dann herumrum steht ist erstmal kurzfristig gefriest an der stelle und das breche ich jetzt aber nicht ab irgendwie mit mit ihrem ich habe auch nichts aber keine hammer ich könnte jetzt höchstens gem nehmen aber 8 9 90 da kann das ruhig so ein bisschen für sich hindöseln den hier würde ich mir aber ganz gerne hochballern 17 tage leute da ist es echt der klopfer aber egal da sparen wir uns in dem fall dann habe ich jetzt alle drei wirklich fertig alle drei entferne türme und kann jetzt mit dem gold natürlich etwas machen gar keine frage aber wir kriegen jetzt glaube ich nicht ganz alles ausgegeben und ich bekomme jetzt auch nicht ganz alles glaube ich im labor ausgegeben im labor wir hatten uns ein labor hammer geholt den den nutzen wir jetzt auch ich wollte mal gerade ich musste gerade überlegen was nehme ich hier hat nämlich ja was nämlich hier nämlich die lohns oder nämlich lieber die e-drachen die sind einfach teurer hier die sind einfach teurer das heißt die nehmen wir mal die nehmen wir so und da kann ich mir jetzt vorstellen dann lassen wir die lohns hier laufen 16 tage alter vertragen aber es gibt ja es gibt ja hammer of fighting ich glaube das ding nehme ich mal 16 tage ist es auch schon es ist jetzt schon lecker muss ich muss ich echt mal zu sagen meine herrn okay jetzt haben wir schon ein bisschen bisschen was ausgegeben das heißt also wir haben erst noch sieben millionen elex das können wir sinnvoll in eine mauer stecken denke ich mal jetzt aber wieso kriege ich ja eigentlich nichts angehakt so sechs millionen kostet hier nämlich eine mauer alter falter okay sechs millionen kostet hier eine mauer und ich weiß gar nicht lasse ich mir jetzt noch einen bob frei ich habe ja im moment die luftabwehren und sowas alles im ausbau gehabt beziehungsweise ja wir nehmen weiter die die luftabwehren hier in ausbau also 16 millionen jetzt sieht das schon ganz gut aus das können wir in jedem fall fahren also machen wir natürlich jetzt auch ein bisschen clash of clans ich wusste jetzt nicht genau wie was wir was tatsächlich machen beziehungsweise hier ich habe jetzt glaube ich ich habe kein buch mehr kann das sein keine einzige nur noch das sauberbuch okay also müssen wir ein bisschen zocken wir gehen da mal kurz in die wolken und dann machen man natürlich auch einen angriff hier ihr seht ein bisschen wartezeit habe ich und ich kann sogar chatten also kurzer cut und dann sehen wir uns zum angriff wieder donnerwetter hat das jetzt lange gedauert man merkt dass wieder viele viele leute jetzt zu beginn des jahres clash of clans spielen glaube ich das hat jetzt wirklich lange gedauert die suche hier aber vielleicht bin ich auch wieder so ein ganz kleines kleines stück zu hoch denn in titan hat das ist eine quälende liga entweder glaube ich geht man gleich nach legende durch oder aber man geht noch ein bisschen tiefer wieder so in weiß ich nicht bis nach meister oder so und da kann ich kann ich mir vorstellen da die queen jetzt hierher geht denke ich mal können wir dann hier mit unseren anderen truppen bisschen fangen und auch die die kollegen hier mit rein nehmen den king hier mit rein die karre hier mit rein und die geteys einmal die hier und ich glaube ach so ich muss ja jetzt ja ich muss jetzt einfach irgendwie irgendwie war können setzen in der tat das hätte ich jetzt fast vergessen ja jetzt habe ich meine helden gerade gezündet das wollte ich gar nicht machen an der stelle und da musste er gif zauber glaube ich noch mal drauf alter walter das wird eine ganz ganz enge kiste hier ein wo es meine neue helden dies da und was habe ich denn hier eigentlich noch ishat doch das wird nichts das wird ja mal gar nichts würde ich sagen das war jetzt natürlich ein bisschen doof mit mit den truppen hier beziehungsweise nicht nicht mit den truppen sondern das war jetzt ein bisschen doof mit der klaren buch war jetzt kriege ich meine zauber nicht mal raus alter falter das war jetzt das war echt mal so optimal 63 prozent okay ich habe aber noch ein bisschen was da die kann man auch laufen lassen da und einmal hier und dann nehmen wir die ich nehme die hier noch mal echt vor den wut rein mal sehen ob die ob die nicht noch das gold lager das schaffen jawohl das packen die noch und kommt hier noch ein gift drauf macht es macht es die beiden magier da okay ist egal ist egal musste ich jetzt machen damit ich mir so ein bisschen noch von dem von dem lote kriege vielleicht bekomme ich auch noch den schaffen wir dennoch den bonus 70 prozent kommen wir da noch hin aber der der ist jetzt gut in heilung da er ist gut in heilung hier der der kollege aber jetzt wenn meine heiler beschossen aber wir kriegen ja wir kriegen die 70 prozent noch super gerade noch so gepackt war was ein akt okay gut war jetzt nicht ganz so doll aber besser als gar nichts und ich muss hier zumindest dieses valküren event schaffen ja da haben wir schon eins von vier also wunderbar ich muss erst mal ein bisschen reinkommen jetzt leute jetzt erst mal ein bisschen reinkommen ins ja auch und auch nach clash of clans rein habe ich hier denn jetzt in der nächsten truppe habe ich ja habe ich in jedem fall ich habe so ein bisschen was dabei okay alles klar die sollen jetzt erstmal durchrecken ich denke mal das ist auch erst mal für die erste folge 2020 gewesen ich hoffe ich hatte euch trotzdem gefallen auch wenn wir wieder ein bisschen abgedatet haben und bisschen rumgequatscht haben also wie gesagt ich wollte euch natürlich ein frohes neues jahr wünschen und schon mal so ein bisschen jetzt ins game reingehen ich muss jetzt auch mal auf meine ganzen anderen accounts mal gucken was ich da so getan hat wo ich da sinnvoll was ausgeben kann und dann sehen wir uns in weiteren folgen ich wollte gerade sagen noch in diesem jahr natürlich dieses jahr bis dahin euer tuto kläscht